Disney Hammer – High Show Musical kommt als Serie zurück 2019 heißt es wieder, los geht's, Wildcats! Denn die beliebte High Show Musical-Reihe feiert ihr Comeback als Serie. Disney verkündete jetzt, einen eigenen Streaming-Dienst ins Leben rufen zu wollen und lassete einige Projekte an, darunter eine Serie basierend auf der Handlung der bisherigen HSM-Reihe. Jetzt stellt sich die Frage, welche Charaktere und Darsteller werden mit dabei sein? Fans hoffen sicher wenigstens auf Gastauftritte der Originalstars rund um Zac Efron, 30, Vanessa Hüdens, 28, und Asleides Dahle, 32. . .